was geht und herzlich willkommen zu einem neuen minecraft video und leute wir sind einfach ja schon wieder im lucky block gefängnis was geht und ich freue mich so dass sie so dabei seid leute kommen wir heute habe ich eine ganz spezielle idee weil ich sehe da gerade ich wurde eingesperrt mit dem IT und mit dem alpha und die werde ich jetzt heute mal trollen und zwar als sonik leute was geht da habe ich richtig bock drauf aber das sage ich dir natürlich nicht ich werde mich nachher kurz verstecken und dann werde ich die trollen und ich werde die ordentlich mal als sonik erschreckt weil ihr wisst ja leute der sonik der ist ja hier ein ganz krasser wert und er fängt immer die leute ein aber ich wecke jetzt erstmal alle auf ich gebe ihnen mal beiden eine backpfeil ich schlafe leute okay ich gebe einfach erst mit der backpfeil drei zwei drei ein und bat was geht was geht was geht ab ey wir müssen IT mal aufwecken das macht ihr dann hier mein haus Wie geht's dir? Was geht? Ja, gut und euch. Wir wollten niemals ohne diese App von IT. Ja, wir sind einfach beste Freunde. Ja, was geht? Ich schreibe jetzt ein Buch. Tschüss. Was ist so ein Buch? Alter, der schreibt ein Buch. Der lügt doch also, als ob der schreiben kann. Ich schreibe einen Flüchtungsplan. Fluchtplan. Hier raus oder was? Moment, was stimmt. Au. Na, Popo nach links bewegen. Was? Was? Wirklich. Hä, das geht doch gar nicht. Ich habe den Ideen, wie wir rauskommen können. Ist hier irgendwo irgendwas mit mir abwischen können? Hier ist eine schöne Lampe. Hier ist so eine schöne Lampe. Ich weiß gar nicht, wie wir rauskommen können. IT, spür mich das Klo runter. IT, los. Ja, gut, ich spür mich einmal runter. Aber du musst es wirklich sagen, ob es funktioniert. Okay. Und auch? Ah, das geht nicht. Hä? Ich habe eine Lampe gefunden. Echt jetzt? Die nice? Die war hier. Cool. Lol. Lol, Alter. Können wir mit der Lampe ausbrechen? Aber ich weiß gar nicht, wie wir hier überhaupt was finden sollen, Mensch. Ich weiß es auch nicht, Leute. Da ist eine Kiste. Lol. Evo. Da drunter. Habt ihr die nicht gesehen? Nein. Wie hast du es geschafft, um die Zuschauer zu fragen? Ich weiß es nicht. Aber lass mal die Kiste aufmachen, oder? Habt ihr Bock? Let's go. Lucky, blöken. Nice. Lol. Alle, beide. Ey. Lass auf viele, Mensch. Lord, was ist das? Das ist eigentlich verprügig. Let's go. Ja, lass auf weiter gehen. Das ist die gelben Gurt. Nice. Ciao, IT. Ab in die Tulette. Ich muss mich abgetrumpeln. Oh, nee. Drop, Leute. Ein Job. Ja, Mann. Bitte, bitte, bitte. Das ist für mich. Bitte, drop, drop, drop. Heftig. Immer heftiger. Komm, bitte. Ey, dich klauen. Oh, mein Gott. IT, auch zu schießen. Au. Wow. Ciao, IT. IT, hast du eine Milch? Für mich kannst du mir gleich mal eine abdrücken, bitte. Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich habe eine. Wo bist du? Ja, was geht? Danke. Uh, eine leckere Milch. Da bin ich wieder sichtbar. So. Okay. Ey, ich habe eine gute Spitzhack. Ich glaube, mit der können wir uns hier rausbauen. Ja, das funktioniert ganz gut. Oh, mein Gott. Das klappt halt wirklich. Oh, mein Gott. Das klappt halt echt richtig nice. Richtig nice. Ja, das ist richtig nice, Alter. Dass wir uns hier rausbauen konnten. So, was machen wir jetzt? Hä? Ich weiß nicht. Was habt ihr Lust drauf? Äh, geht ja mal kurz in die Küche nach Lachie Blöcken vielleicht suchen. Vielleicht sind ja wieder welche. Okay, los. Los. Bis gleich. Ich komme gleich nach. Warte, ich muss doch kurz noch Smiley kommen. Alter, da hängen so viele. So, Leute. Ich mache jetzt erstmal ganz kurz den Sonic-Skin rein. Und dann ärgere ich die ein bisschen. So, weil der ist ja hier werter. Und ich ziehe mich ganz kurz um. So, Leute. Jetzt habe ich den Sonic-Skin drin. Und jetzt werde ich mal IT und Alpha ein bisschen ärgern. Ich denke, die denken ja, dass ich noch weg bin. Und ich habe jetzt den bösen, bösen Sonic-Skin drin. Und die werden es niemals erwarten, dass ich das bin. Also, ich glaube nicht, dass sie das merken werden. Und ich gehe jetzt mal hin. Ich glaube, die sind in der Küche. Und wenn ich höre das schon, die machen Lachie Blöcken auf, Leute. Was für Spaß. Hör die das? Hör die das? Hey, die Typ bewegt sich. Hör die das? Geh mal nachschauen. Ah, ist es. Die habe ich bemerkt. Was geht? Ich war natürlich... Ah, ich bin Sonic. Komm, auf die Mauer, los. Lang da. Los, guck mal, wie die Angst haben vor mir. Die haben Angst, dass sie wieder eingesperrt werden. Ich habe einen Pischwitz. Soll ich den verbringen? Oh, nein. Oh Gott. Oh, oh je, lau. Oh, nein. Ey, die wollen mich gerade abschießen. Ich laufe insider weg. Komm hier an. Komm weg, ich bin auch nicht schnell. Ich bin торgen. Es geht zu was so tief. Nein, ich bin gerade nicht schnell. Ich bin Sonic. Oh je, Leute, ich muss mich in irgendeine Zelle bauen und verstecken. Soll ich bauen mich schnell rein? Oh je, oh je. Ich verstecke mich jetzt hier drin. Komm hey, zieck dich. Nein. Schau her. So, ich verbaue mich hier drin. Dann könnt ihr mich nicht hier reichen. Komm her, du Angst hast Lane. Mach dich kaputt. Was? Ich habe die Syndrome. Nein. Nein. Das geht kaputt. Oh nein. Moment mal. Hey. Mach es sofort wieder auf. Du kriegst alle mit der Bazooka eingeschraubt. Oh je. Leute. Soll ich denen sagen? Das soll ich mich wieder mute und sagen, dass ich Ente bin? Wir gehen wieder in die Küche. Wir müssen weiter den Knöck aufmachen. Der ist hier eingesperrt. Oh je. Ich mach dir noch eine Sache. Kriegt einer mit der Bazooka mal den Kopf gemallert. Oh je. Genau. Ich glaube, Leute. Das geht gerade mega schief. Sie denken einfach wirklich, dass ich sonnig bin. Oh man, oh man. Das ist ja ein krasser Troll. Wenn die das wirklich glauben. Aber ich gehe jetzt noch mal hin. Zu denen. Ich glaube, wir sind mal schnell wie sonnig. So jetzt gehen wir mal hin, Leute. Und. Wartet. So. Hallo. Wieder abzunehmen. Oder will ich dir den Bazooka abschießen? Du musst wieder weg. Ich sperre dir jetzt mal hier ein. Baut den Hebel ab. Weißt du, wie sind die eigentlich spät, IT? Haha. Ich hab eigentlich einfach eingesperrt. Wo ist eigentlich IT hin? Weiß nicht. Der hat mir vorhin fast ihn aufgelassen. Wart auf. Warte, ich brauche mich jetzt mal zu denen. Ich entglücklich mal wieder. Ey. Alpha. Was geht? Wo bist du? Wo bist du hin? Ey. Wo bist du hin? Hier ist so ein Idiot drin. Ich hasse den. Hey. Das bin ich, IT. Ich bin als Sonic gesagt. Ich bin seitdem. Nein. Ich bin. Nein. Alles ist verdreht. Minecraft ist verdreht. Ey. Das war ich gerade. Ja. 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 Ich bin es wirklich. Wo hast du, Ente? Du hast Ente aufgegessen. Jetzt geht er mit uns. Nein. Wirklich. Wo ist Ente hin? Ich bin Ente. Hallo. Wieso soll ich mich wie Ente erhören? Lass Ente aus deinem Körper raus. Lass Ente aus deinem Körper raus. Ich bin doch Ente. Glaub mir doch endlich. Wo ist Ente? Ich bin Ente. Hallo. Einmal Ente mit eurem Körper raus, dass du das jetzt machst. Ich bin Ente. Wirklich. IT. Ich bin es doch. Glaub mir doch endlich. Alpha. Hallo. Glaub mir doch nicht. Glaub mir doch mal. Hallo. Ich rede doch wie Ente. Was geht? Ente. Das ist ein Trick. Das ist kein Trick. Das ist ein 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 Trick. Ich mach doch gar nichts. Leute. Was soll ich denn machen, dass ich euch beweisen kann, dass ich Ente bin? Ich wollte euch ein bisschen ärgern. Wer hat ab? Hä? Was? Du bist flüchtig aus dem Gefängnis. Hä? Nimm mir an. Du hast dich nutzt. Du hast dich nutzt. Ah. Wo bist du? Hey. Nimm mich mit. Ich helfe euch sogar auszubrechen. Kommt hier lang. Halt mich an. Ja. IT. Das war ein Versehen. Bitte. Feil dich. Feil dich. Feil weg. Let's go. Hey. Ich trolle euch doch nur. IT. Los. Hallo. Ich bin's Ente. Glaub mir doch mal. Ich bin nicht Sonic. Das ist Sonic, hat er gesagt. Oder? Nein. Ich bin nicht Sonic. Ey Leute. Ich wollte euch nicht trollen. Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Ich will wegfallen. IT. Glaub mir doch mal. Hallo. Ah. Geh lang von mir. Was geht? Hallo. Ich bin Ente. Hör auf Sonic. Hör auf. Hör auf. Leute. Ich mach mir ganz kurz mal mein Skin raus. Weil sonst glauben die es halt wirklich nicht. So. Jetzt bin ich wieder Ente. IT. IT. Was geht? Siehst du mich? Ich hab dich doch echt nur getrollt. Ah. Das ist aber so drin. IT. Was geht? Ah. Hör auf. Hör auf. Hör auf. So ein komischem Sonic. Äh. Keine Ahnung. Warte mal. Lass mich hier raus. So. Äh. Wo geht's hier raus? Ein bisschen wo das Schiff ist. Ja. Ich weiß nicht wo lang. Hier. Führ uns lang bitte. Ich weiß gar nicht wo lang. Rück mir. Ja. Ich bin hier unterwegs. Ich befolge dir. Alter Schwede. Hä? Du wirst niemals glauben. Was heute passiert ist. Oh je. Polizisten. Hör auf. Peter den. Ja. Mach ihn fertig. Hör auf. Und er hat die Polizei gerufen. Hä? IT. Was ist gerade passiert? Oder was meinst du denn? Ja. Da war so ein Sonic. Einfach. Ich hab mich einfach verfolgt. Ach lol. Als ob. Hä? Ich weiß gar nicht wer das sein könnte. Aber wisst ihr was? Was denn? Ich hab mich vorhin als Sonic verkleidet. Um euch zu trollen. Lügt nicht. Hä? Doch. Natürlich. Guckt mein Video. Du weißt das nicht. Das sagt er nur. Damit wir keine Angst haben. Hä? Ist so. Ist so ne Masche. Glauben wir nicht. Seht das Video. Seht das Video. Was für ein Video denn? Hä? Keine Ahnung. Lass das mal aufs Schiff gehen und flüchten. Let's go. Los. Los. Oh warte. Ich bin mal ins Wasser. Oh. Los. So warte. Ich bin drauf. Nice. Okay. Wir setzen die Segel und fliegen. Wir fliegen los. Wir fahren los. Los. Yes. Also Leute. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo. Da wäre ich das Video gefallen. Ciao bei iTunes. Einfach vorbei. Bis dann und ciao. Bye.